Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute, meine Damen, zeigen wir Ihnen, wie Sie zu der aktuellen Frühlings- und Sommermodus richtige Make-up auslesen können. Die Beldam-Kosmetik hat wieder topmodische Farbvariationen für Sie parat. Fein und leicht sind die sogenannten Glasfarben. Diese zarten Töne eignen sich besonders gut für den Frühling, wenn die Haut noch nicht gebrannt ist. Schon ein bisschen kräftiger wirken die Porzellanfarbtöne. Verstärken Sie den Ausdruck der Augen mit dem Wechselspiel von hellem und dunklem Lidschatten, kombiniert mit Kaschall am unteren Inneren Lid. Und jetzt präsentieren wir Ihnen leuchtende Farben für schöne Sommertage. Diese fröhlichen Töne sind Potri-Farben. Wangenrausch und Lippenglanz geben jedem Make-up die besondere Note. So, und jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Auswählen von Ihrem Frühlings- und Sommer-Make-up mit den topmodischen Farben von Beldam. Zu einer pflegten Erscheinung gehört natürlich auch die richtige Zahnpflege. Bei Cobb gibt es jetzt neue Binaca-Fluor-Zahnpasten mit Kalzium. Diese bekämpft Zahnschäden schon im frühen Stadium. Denn durch Zäure werden täglich winzige Kalziumteile aus den Zähnen herausgelöst. So kann Karies entstehen. Binaca-Fluor mit Kalzium bekämpft kleinere Zahnschäden schon im frühen Stadium. Sie führt den Zähnen das verlorene Kalzium wieder zu. Zudem härtet das Fluor den Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger. Rechtzeitig auf die neue Saison hat Cobb eine Aktion für alle Fotofreunde. Cobb offeriert Ihnen jetzt die beliebtesten Kodak-Filme im Duopack bis 15% günstiger mit dem Gucci zur Gratisentwicklung. So und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Cobb-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Heute möchte ich Ihnen einen erfrischenden Salat aus Champignons und Gurken zeigen. Die grössten Champignons schneiden wir in feine Scheiben. Dann werden sie sofort mit Zitronensaft beträufelt, damit sie nicht braun werden. Auch die Gurken haben wir geschält und in Würfelchen geschnitten. In einer Salatschüssel haben wir einen Becher Joghurt mit einem Löffel Olivenöl, Salz und Pfeffer gefurriert. Wir geben ein wenig Knoblauch und fein gehackten Peterchen dazu. Sie können übrigens auch Minzenblätter nehmen. Jetzt kommen die Champignons und die Gurken dazu und alles sorgfältig mischen. Vor dem Servieren sollten Sie diesen Salat etwa eine halbe Stunde Kiel stellen. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Seht ihr nicht prächtig aus, dieser Salat? Ich wünsche einen guten. Wir danken, dass Sie bei uns dabei waren und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Bonjour Margarine 500g statt 3,30 jetzt 2,80g. 250g Bonjour Fit Minarine Brotaufstrich statt 1,40 jetzt 1,10g. 6 verschiedene Sorten Aufschnitt per 100g nur 1,10g. 1a Tilsiterkäse 100g nur 1,15g und Edamerkäse 100g nur 95g. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ausländische Tomaten per Kilo nur 2,70g. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt eine Reisedecke aus 90% Acryl und 10% Andrifasern in verschiedenen Farben für nur 12,90g. Kodak Film im Duopack 15% günstiger. Zum Beispiel für Pocket 7,50g statt 9,20g. Für Kleinbildkamera 7,90g statt 9,80g. Und für Instamatic 7,90g statt 9,80g. Dazu 2 Gratisentwicklungen. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mal. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mal.